WOOOOOOH! Was ist das denn? Was soll ich jetzt schon wieder filmen anmalen? Seid ihr beide dran, Tobi? Ja hallo, hört ihr mich? Ja wunder, was gibt's? Ja cool, super gut. Das ist doch schöner Wochen beim Malen. Ja, mich nämlich auch. Ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe natürlich auch gerade gemalt. Und ich habe aber hier gerade was bekommen am Wochenende. Und zwar ein Weihnachtspaket, obwohl wir überhaupt keine Weihnachten haben. Weil wir haben ja Mitte, Ende Februar. Und das ist adressiert vom... Ja cool, habe ich auch bekommen. Ja. Ich habe vorhin auch eine Kiste bei mir stehen gehabt. Was? Ist doch auch noch kein Ostern oder sowas. Und meine Kiste sieht auch noch aus wie... Ja, habt ihr auch ein Bier drin gehabt? Äh... Ja, ich habe noch gar nicht... Bei mir ist ein Bier drin. Ich auch nicht. Moment, ich mach... Ich mach jetzt einfach mal. Bei mir ist ein Bier drin. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Hatte Michael ein Alkoholproblem? Bei mir ist auch ein Bier drin. Nee. Meinst du nicht? So, ja. Also bei mir ist ein Zettel drin. Wochenend-Bastel-Kit. Gruß Michael. Bei mir ist kein Zettel drin. Bei mir... Warte mal, da sind Bits. Bei mir sind noch Bits drin. Bei mir ist kein... Bei mir ist kein Bier drin, sondern Monster Energy. Und zwar grün. Du hast wahrscheinlich ein Tobis Paket bekommen. Toll. Ja, wahrscheinlich habe ich ein Tobis Paket bekommen. Ja, ja. Ja, aber bei mir war noch... Ja, ansonsten ist bei mir... Hab ja auch noch was, ja. Okay, warte mal kurz. Ich habe hier noch Papier. So zwei Halter. Genau. Zeitung. Moment, ich bin noch nicht so weit. Ah, hier, ja. Deckel. Stimmt. Ach, weißt du, was das ist? Ja, cool. Das sind die 3D-Druckdateien. Die 3D-Druck-Bits vom... Das sind die Bits, die ihr... Genau, die ihr im Video gezeigt habt. Ja. Und zwar bei mir sind 5 Bits. Von mir auch. Zwei Halterungen. Zwei Deckel. Für vorn und hinten. Ja. Und ein... Deckel für oben drauf. Ein für oben wahrscheinlich. Genau, Mechanikuszeichen. Cool. Ja. 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 Und eine Dose Jever. Wie. Ja, toll. Jever hätte ich auch lieber getrunken, ey. Ja, cool. Da können wir die einfach... Hast du uns aber noch mal durch? Und da können wir so ein... Ja, weißt du, was kommt dann... Ich stoße mit. Einen Moment. Äh, Monster Energy einfach. Hol doch gleich... Hol doch lieber Wasser jetzt. Das ist doch Jugendfrei dann. Cheers. Prost. Auf dich, Michael. Ja. Tolle Idee. Michael. Vielen Dank. Oh, Monster Energy. Ja, dann trinken wir die Dosen aus, würde ich sagen. Trocknen sie gut. Und dann bauen wir uns geile Tanks draus. Ja. 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 Aber sollen wir noch ein bisschen cooler machen? Er hat ja eine Hauswollung, glaube ich, ausgesprochen haben. Ja, Leute. Die hab ich doch eh schon gewonnen. Ähm. Nur mit der Ruhe. Wie beim Battle Report. Ich gewinn heute hier. Hör mal, das war doch... Hochmut und so. War das nicht bei deinem, ähm... Genau, bei deinem Geburtstagsturnier, wo du gesagt hast, wo du gesagt hast, alles was ich bis jetzt gesehen habe, das ist kein Problem für mich oder so. Ah ja. Und wer ist letzter geworden? Bisschen Säbelrasseln muss schon sein, gell? Ähm. Ne, ich würde sagen, wir machen eine Challenge draus. Jeder von uns baut was aus der Dose und auch aus den Bits. Und wer nachher den schönsten Tank hat, das werden wir dann auf Instagram und auf YouTube, Instagram, Facebook und so posten und wer die meisten Stimmen kriegt. Ähm. Er hat gewonnen. Ich würde dir einen Nörgeltank draus bauen, wenn es für euch okay ist. Dann bräuchst du aber auch noch Nörgelbits. Äh, können wir... Wollen wir sagen, dass wir fünf weiter... Warte, lass uns doch lieber sieben nehmen, weil so sieben Stück, Seven vs. Wild, sieben ist die Glückszahl von Nördl. Lass sieben nehmen. Das ist, glaube ich, cooler. Ah ja. Okay. Dann nehmen wir also die fünf Bits... Und weitere sieben maximal. Ähm. Plus sieben weitere Bits und daraus macht dann jeder ein Wasser-Tutorial. Oh, 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 oh. Äh, Nördling... Nördling ist ein Bit, richtig? Okay. Ja. Wenn er aus einem Bit besteht, wenn er natürlich aus mehreren Bits besteht, dann sind es mehrere Bits. Ja. Mhm. Genau. Und dann machen wir dann jeder ein Bemal-Tutorial auch noch. Und dann gucken wir mal, wer den schönsten Tank hat. Oh, Leute. Ich nehme mal an, du baust einen Ork-Tank, Jens, oder? Ich baue einen Ork-Tank, weil das ist ja auch hier Monster Energy. Ja, und du, Tobi? Ork-Energy. Ich werde einen Imperial-Tank machen. Für die Salamander. Für die Salamander. Prometheum drin, hörst du. Für die Flammenwerfer. Saug. Oh. Die brauchen wir auch nicht. Ja, Leute. Das erste Angriffsziel der Orks. Ich habe eine saug coole Idee, was ich mit meinem Tank mache. Fliegt ein Dagger-Jet drüber. Ich habe eine richtig coole Idee, was ich mit meinem Tank mache. Wartenswarp. Ich auch. Da brauche ich schon mehr. Meine kommt ja nicht ran. Glaubt es mir. Ja. Okay. Das gucken wir mal. Ja. Auf jeden Fall ziemlich cool. Mega. Das sieht auch ziemlich geil aus. Sau gut gedruckt. Top-Qualität, wollte ich gerade sagen. Top-Qualität, ja. Und ich würde sagen, ran an den Speckmangers. Die sind frei zugänglich. Also das ist auch cool. Die sind frei zugänglich, genau. Genau. Da könnt ihr einfach auch mal beim Video von Michael reingucken. Der hat da nämlich ein bisschen was dazu gesagt. Die Links sind in dem Video drin, wo ihr die Bits auch sozusagen... runterladen könnt. Genau. Genau. Okidoki. Gut. Alles klar. Dann setze ich mich gleich mal ran. Fangs Basteln an. Trink das Bier gemütlich aus. Mach mir Gedanken. Ja. Und dann sehen wir uns in ein paar Wochen, oder? An East the Beast. Ja. Genau. Alles klar. Alles klar. Alles klar. War gut mit euch zu telefonieren. Und ja. Ich würde sagen... Bis dann dann. Tschöö. 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 Der Putze baut einen Nörgeltank, der Jens baut einen Ork-Tank. Dann muss ich natürlich einen imperialen Tank bauen. Und da habe ich mich erstmal hingesetzt am Anfang und mir überlegt, wie der Tank aussehen soll. Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass der Tank gerade aufgefüllt wird, wie so eine alte Dampflok zum Beispiel. Da habe ich mir dann hier noch zwei Bits ausgedruckt mit einem 3D-Drucker. Zwei Rohre. Und habe mir hier noch ein altes Geländestück von der imperialen Verteidigungslinie geholt. Das war mal das Geschütz. Da habe ich nur das Unterteil genommen. Das UV-Resin wollte ich am Anfang eigentlich verwenden. Habe ich im Endeffekt doch nicht getan. Und ein Stück Pappe werde ich noch benutzen für die Plattform nebendran. Und da meine ganzen Geländestücke auf Bases sind, werde ich auch meinen Tank auf eine Base kleben und die noch ein bisschen gestalten. Als erstes habe ich dann die Abdeckungen auf die Dose geklebt. Dafür habe ich Heißkleber genommen, einfach weil es schneller geht und weil er gut hält. Und weil die Dose eben auch etwas gewölbt ist, weshalb jetzt zum Beispiel Sekundenkleber nicht gut gehalten hätte, weil er nur eine geringe Kontaktfläche gehabt hätte. Damit die vorderen Rückabdeckungen des Tanks auch gerade sind, nehme ich mir ein Edding und markiere jetzt auf der Dose die Oberseite. Damit, wenn ich auf der anderen Seite die hintere Abdeckung festklebe, auch wirklich sicher gehen kann, dass die genau gerade ist, so wie die vordere. Auch die hintere Abdeckung klebe ich mit Heißkleber fest, einfach für die Geschwindigkeit. Damit die Dose nicht schief auf der Base steht, habe ich mir jetzt hier eine kleine Markierung gemacht. Und werde jetzt noch mit Edding zwei weitere machen, eben damit ich sehen kann, wo ich den Heißkleber hin machen muss. Damit ich ihn nicht über die ganze Base verteile. Den Sockel unten und die Rohre habe ich jetzt erst einmal, bevor ich sie festklebe, neben die Dose gestellt. Um zu sehen, wie das Ganze aussieht, ob die Idee mir überhaupt gefällt. Und mir hat es wirklich gut gefallen in dem Moment. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Rohre genauso fest zu kleben. Der Deckel, mit dem habe ich später noch was anderes vor. Aber die Rohre und der Sockel, die können jetzt festgeklebt werden. Und um die Rohre zueinander zu kleben, werde ich Sekundenkleber benutzen. Weil wir eben hier Resin haben und das der beste Kleber dafür ist, in meiner Meinung. Die Plattform die neben meine Dose kommen soll, braucht natürlich eine Unterkonstruktion. Und was eignet sich dafür besser als Stahlträger? Um die jetzt zu bauen, habe ich mir mein Stück Pappe genommen. Habe eine 8 cm Markierung gemacht, weil ich 4 Stahlträger brauchen werde. Wo ich pro Seite 2 Streifen mit 1 cm Breite brauche. Die Höhe könnt ihr so anpassen, wie ihr wollt. Ich habe in dem Fall jetzt eine Höhe von 8 cm gewählt. Die einzelnen Streifen schneide ich jetzt mit einem Skalpell aus. Achtet darauf, dass ihr eine möglichst scharfe Klinge habt. Und dass ihr nicht probiert, die Pappe auf einmal durchzuschneiden. Sondern macht lieber 2-3 leichtere Schnitte. Dann habt ihr eine schön gerade und saubere Schnittkante. Um die Streifen jetzt zu verbinden, brauchen wir natürlich noch ein Mittelstück. Dafür habe ich mir jetzt 0,5 cm Breite Streifen, die ebenfalls 8 cm lang sind, zurecht geschnitten. Und werde die gleich in die Mitte der beiden breiteren Pappe streifen kleben. Wenn ihr dann alle Teile ausgeschnitten habt, die ihr braucht, könnt ihr die jetzt zusammenkleben. Dafür nehme ich mir einen alten Pinsel und Holzleim. Der Vorteil bei der Pappe ist, dass der Holzleim sehr sehr schnell anzieht. Und ihr den Stahlträger nach 5 Minuten Trockenzeit direkt verbauen könnt. Das ist wirklich super praktisch. Deswegen nehme ich auch keinen Sekundenkleber. Der würde sich nämlich nur komplett in die Pappe reinsaugen und nicht gescheit halten. Nehmt am besten einfach Express Holzleim. Dann könnt ihr, wie gesagt, nach 5 Minuten direkt weiter arbeiten. Dann könnt ihr, wie gesagt, nach 5 Minuten direkt weiter arbeiten. Und wenn ihr dann noch den anderen Pappstreifen festgeklebt habt, dann sieht das schon wirklich cool aus, finde ich. Das ist eine super Idee, um ganz viele Stahlträger selber zu bauen und sich irgendwelche Industriekomplexe daraus zu basteln. Als nächstes habe ich dann den Sockel und die Rohre festgeklebt. Dafür habe ich ebenfalls wieder Sekundenkleber benutzt. Und damit ihr die Sachen nicht so lange halten müsst, jetzt vor allem bei den Rohren da, empfehle ich euch auf jeden Fall, holt euch einen gescheiten Activator. Das ist wirklich eine Erleichterung, damit man nicht die ganze Zeit irgendwelche kleinen fiddeligen Teile festhalten muss. Sondern man kann einfach ein bisschen Activator drauf machen, einmal kurz pusten und fertig ist es und schon hält's. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen, vor allem wenn ihr mit Resin arbeitet. Das ist eine super Hilfe, um euer Leben zu vereinfachen. Ich habe mir überlegt, dass es so aussehen soll, als ob der Tank kurz davor ist befüllt zu werden, also dass der Deckel oben schon offen ist. Dafür muss ich jetzt aber erstmal den Deckel aushöhlen und dafür eignet sich am besten ein Dremel. Als erstes habe ich da jetzt ein paar Löcher einmal rund um den inneren Umkreis gebohrt und diese dann am Ende mit einem Cuttermesser ganz vorsichtig rausgeschnitten und die Ecken dann noch mit Schleifpapier etwas glatt geschmügelt. Beim Aufkleben habe ich natürlich darauf geachtet, dass der Ring, also die Öffnung, direkt unter dem Rohr ist, damit beim Befüllen auch wirklich nichts nebendran gehen kann. Und wenn ihr Resin auf Metall oder auch Plastik kleben wollt, verwendet unbedingt Sekundenkleber, weil nichts anderes wird gescheit halten. Um die Plattform jetzt bauen zu können, messe ich erstmal meine Base aus. Ich habe mich jetzt hier für 18 cm Länge und 8 cm Breite entschieden. Diese Maße übertrage ich dann wieder mit einem Bleistift auf meine Pappe und werde die dann mit einem scharfen Cuttermesser wieder mit mehreren Schnitten ausschneiden. Ich werde mich nicht wöchentlich mehr meinen Gericht auf компании plateaulegation zu stellen. Und jetzt kommt das für sehr Maschなんです weil die Lichter der Herbstpe FBI mit einer Neufggest지ontwف zascher zieht. Die sich fl ist super córisch, was bedeutet es, als du Käfig, hat das Ganze quasi ASL und zerd perpet am Befüllen muss abstehgt. Pannos Sehsc 늘st das Gebote und das Ganze Ins Pilot Natürlich ist jetzt noch das Rohr im Weg, deswegen habe ich mir kurz mein Pappstück dran gehalten, wie ich das ungefähr positionieren will, habe mir mit einem Bleistift das Rohr markiert die Breite, habe die Tiefe kurz gemessen und dann eben einen passenden Schlitz rausgeschnitten, damit die Plattform auch näher am Tank stehen kann. Musik 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 Um jetzt die Füße, also die Stahlträger festzukleben, habe ich mir erstmal an der Seite, die am Tank dran stehen wird, eine 1 cm Markierung gemacht, denn die Plattform steht etwas über den Tank rüber und ich kann die Stahlträger nicht direkt an die vordere Kante kleben. Deswegen ziehe ich mir eine kurze Linie und werde die Träger dann festkleben. In dem Fall habe ich jetzt Holzleim und Sekundenkleber benutzt, einfach damit es ein bisschen schneller anzieht und damit ich den Träger nicht so lange halten muss. Das funktioniert auch wirklich gut, nachdem der Sekundenkleber angezogen ist, kann man den Stahlträger loslassen und der Holzleim trocknet dann über die Zeit und gibt dann die nötige Stabilität. Mit einem Geodreieck habe ich dann noch kurz gecheckt, ob der Träger auch wirklich senkrecht ist und als er das war, habe ich ihn losgelassen und in Ruhe trocknen lassen. Die hinteren Träger habe ich genauso wie die vorderen festgeklebt, also mit Holzleim und Sekundenkleber, aber da konnte ich sie direkt in die hintere Ecke kleben. Damit die Plattform jetzt von der Seite nicht so dünn aussieht, wie sie gerade aussieht, habe ich mir überlegt, dass ich mir ein paar Verkleidungen zurechtschneide, also einfach über die komplette Länge einmal komplett rum Pappstreifen festklebe. Die sind jetzt in meinem Fall ein Zentimeter dick und haben eben die Länge von der jeweiligen Plattformseite. und die Verkleidung habe ich dann auch mit Holzleim einfach festgeklebt. Damit ich dann hier auch nicht so lange halten muss, habe ich mir einfach schnell ein bisschen Sekundenkleber genommen, habe den drauf geträufelt und dann auch noch ein bisschen mehr das hilft auch noch mal ein bisschen für die Stabilität. Nachdem ich das dann einmal komplett um die ganze Plattform gemacht habe, hat sie mir schon deutlich besser gefallen als vorher. Nur ich habe natürlich einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe den Streifen vor die Öffnung für die Rohrleitung geklebt und habe dann einfach noch kurz eine Schere genommen und den Spalt wieder freigeschnitten. Als ich dann das erste Mal alle Bauteile auf die Base gelegt habe und mir mal das Gesamtbild angeguckt habe, muss ich sagen, dass ich sehr zufrieden war zu dem Zeitpunkt. Nur ich habe dann einen kleinen Fehler festgestellt und zwar ist mir aufgefallen, dass meine Salamander ja gar nicht da hochkommen, weil es keine Leiter gibt. Und da habe ich mir überlegt, weil ich kein extra Bit verschwenden wollte, ich habe mir einfach einen Pappstreifen genommen, habe mir hier ein Leitermuster aufgezeichnet. Die jeweiligen Leitersprossen sind mal 0,5 cm dick und auch die Seitenteile sind ebenfalls 0,5 cm dick. Die habe ich dann mit einem scharfen Skalpell ausgeschnitten. Das hat sehr lange gedauert und werde ich auch so schnell nicht mehr wieder machen, weil nach einer Zeit wirklich meine Hand angefangen hat zu krampfen. Aber im Endeffekt, es sieht ganz okay aus, finde ich. Es ist nicht die beste Leiter, die ich gemacht habe. Ich werde es wahrscheinlich nächstes Mal anders machen, aber ich finde, sie erfüllt ihren Zweck auf jeden Fall. Die Leiter habe ich dann mit Sekundenkleber festgeklebt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, warum. Ich hätte eigentlich Holzleim nehmen können, aber ich meine, es hat im Endeffekt auch gehalten. Um jetzt zu wissen, wo ich genau Kleber hin tun muss, um die Plattform festzukleben, habe ich mir auf der Base mit einem Bleistift erstmal ein paar Markierungen gemacht, damit ich auch weiß, wo der Kleber hingehört. Dann habe ich mir wieder Holzleim und Sekundenkleber geschnappt, habe auf jeder Ecke, wo jeder Pfeiler steht, ordentlich Holzleim aufgetragen. Dann einen Tropfen Sekundenkleber jeweils reingemacht und dann die Plattform festgeklebt. Da müsst ihr aber aufpassen, dass ihr nicht zu viel Gewichte drauf packt, weil ich habe etwas zu viel Gewicht auf die Plattform gestellt, um sie runterzudrücken, damit sie auch hält. Und am Ende hat sie sich in der Mitte dann etwas durchgewölbt und ich musste später noch ein paar Streifen zur Stabilität wieder dazukleben. Also passt einfach auf, dass wenn ihr die Plattform beschwert, auch wirklich nur über den Pfeilern etwas hinstellt und nicht wie ich in die Mitte. Weil die Plattform jetzt obenrum noch so leer aussah, dachte ich mir, ich klebe noch ein Terminal neben die Rohre, um eben das Füllen des Tanks steuern zu können. Das habe ich von einem alten Geländestück abgerissen, was ich eh nicht mehr benutzt hatte und klebe das jetzt mit Sekundenkleber einfach neben die Rohre. Wenn ihr jetzt zum Beispiel wie bei diesem Geländestück viel Pappe benutzt habt und die später anmalen wollt, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, die Pappe vorher mit dünnem Holzleim einzustreichen. Das hat erstens den Vorteil, dass eure Verbindungen, eure Klebeverbindungen noch etwas stabiler werden und außerdem saugt sich die Pappe im späteren Mahlvorgang nicht so sehr mit Farbe voll. Die Base habe ich dann noch schnell mit normalem Holzleim etwas mit Wasser verdünnt eingepinselt und dann mit Sekundenkleber ein paar größere Steine erst festgeklebt, damit die besser halten und danach einfach ganz viel Sand drüber gekippt. Nachdem der Sand dann genug Zeit hatte zum Trocknen, habe ich mich dazu entschlossen, das Geländestück einfach nur für die Geschwindigkeit mit Sprühdosen zu grundieren. Für das eigentliche Geländestück an sich habe ich ein ganz billiges Schwarz genommen und für die Dose habe ich Ledbelger von Citadel benutzt. Als dann alles grundiert war, konnte ich endlich anfangen, das Ding zu bemalen und um das Metall von der Plattform jetzt schön alt aussehen zu lassen, habe ich erstmal angefangen, mit einem dunklen Braunen zu tun, erstmal alles trocken zu bürsten. Wenn man jetzt direkt mit Necron Compound zum Beispiel alles trocken gebürstet hätte, hätte man zwar einen verwitterten Look bekommen, aber noch ein relativ sauberes Metall, sage ich jetzt mal. Mit der Variante, die ich euch jetzt zeige, sieht euer Metall am Ende ein bisschen mehr runtergekommen, ein bisschen mehr verrostet aus und der Look gefällt mir für so Industrie einfach besser als so ein glattes Metall. Als nächstes habe ich dann mit einem helleren Bronzeton alles wieder trocken gebürstet, genau wie davor und zu guter Letzt habe ich dann noch einmal über alles mit Necron Compound drüber gebürstet, damit man auch diese Metalloptik hat und jetzt nicht denkt, ja hier ist jetzt einfach eine riesige Bronzeplattform. Die Base habe ich ebenfalls ganz einfach mit Trockenbürsten angemalt und zwar habe ich da mit einem dunklen Schiefergrau angefangen, habe über alles schön drüber gebürstet, habe geguckt, dass der Pinsel nicht zu trocken ist, weil gerade bei der dunklen Graufarbe habe ich gemerkt, dass man da doch noch relativ wenig sieht über das Schwarz, aber im nächsten Schritt habe ich die Farbe dann noch mit einem hellgrau aufgehellt, habe dann wieder über alle Flächen drüber gebürstet und dann hat man schon einen deutlich besseren Effekt gesehen und zu guter Letzt habe ich mir dann noch das pure hellgrau genommen und nochmal ein paar Highlights gesetzt. Weil ja auch Gestein nie immer eine natürliche Graufarbe hat, habe ich mir dann jetzt noch die Vallejo Washes genommen. Die finde ich für Gelände tatsächlich deutlich besser als die GW Washes zum Beispiel, weil man für sein Geld einfach viel mehr bekommt und die Washes müsst ihr meistens eh nochmal sehr stark mit Wasser verdünnen, wenn nicht sogar über die Hälfte, denn die sind sehr sehr stark pigmentiert und wenn man die pur benutzt, dann färbt das einem wirklich alles ein. Die habe ich dann benutzt, einfach um ein bisschen Variation auf die Base zu bringen und dann auch noch auf das Metall. Da habe ich die Washes dann einfach mit einem Pinsel grob überall verteilt aufgetragen und habe mir dann ein altes Stück Schwamm genommen und einfach wild auf der Plattform rumgetupft, bis es einfach ein bisschen dreckiger aussah. Mit dem Schwamm habe ich dann ebenfalls fast ausschließlich die Dose bemalt und zwar war mir die am Anfang zu einheitlich Silber, deswegen habe ich Leadbelcher mit ein bisschen Schwarz gemischt und dann mit dem Schwamm einfach ein bisschen auf der Dose rumgetupft, damit man ein bisschen Abwechslung im Silber einfach drin hat. Denselben Schritt habe ich dann auch mit einem helleren Silberton wiederholt, um einfach mehr Variation reinzubringen. Damit das ganze Geländestück jetzt nicht einfach nur verschiedene Silbertöne hat, habe ich mir überlegt, bringe ich noch ein bisschen Farbe rein und habe mich für ein Olivgrün entschieden und tupfe das jetzt ebenfalls mit dem Schwamm auf die Dose, einfach weil ich will, dass es ein bisschen mehr Textur hat und hätte ich die Farbe jetzt mit einem Pinsel aufgetragen, hätte ich mir das Silbergrundieren in der Dose direkt sparen können. Auch hier wollte ich dann ein bisschen mehr Variation im Grün haben und habe mir etwas Braun dazu gemischt und tupfe das jetzt so wie beim Silber davor auch einfach wahllos über die Dose. Als ich dann fertig war, habe ich die Dose mit Sekundenkleber einfach in die Halterung reingeklebt und habe aufgepasst dabei nicht die Farbe außen abzukratzen, aber ebenfalls aufgepasst, dass die Öffnung genau unter dem Rohr ist und dass die Vorder- und Hinterabdeckung auch gerade über dem Boden sind. Weil ich fand, dass die Dose einfach noch viel zu sauber aussah, habe ich mir dieselben Washes wieder vorgenommen und habe sie jetzt einfach alle in einem Töpfchen zusammen gemischt und trage den Wash jetzt mit einem großen Pinsel über die komplette Dose auf. Da ich aber nicht will, dass die Dose jetzt komplett fleckig wird vom Wash, habe ich mir noch ein Küchentuch genommen und ein bisschen drauf rumgetupft, damit man eben keine großen Wash-Flecken sieht, sondern über der ganzen Dose ein bisschen mehr Dreck einfach drüber ist. Weil der Deckel jetzt auch noch ein bisschen zu hell aussah, habe ich mir den schwarzen Wash einfach so genommen, den ein bisschen mit Wasser verdünnt und nochmal über die Deckel vorne, hinten und auch über den oberen aufgetragen. Den Aquila auf der Vorderseite des Tanks habe ich mir jetzt einfach noch schnell mit einem Kupferton angemalt, weil ich fand, dass Gold jetzt für so ein Industriegebiet ein bisschen zu viel gewesen wäre. Die Base habe ich dann noch so gestaltet, wie ich die meisten meiner Gelände-Bases mache. Das heißt, ich habe mir ein paar braune Pigmente genommen und diese jetzt in verschiedenen Flecken über die Base verteilt und danach habe ich mir noch etwas selbstgemachtes Flock genommen. Das haben wir gemacht, indem wir einfach einen Küchenschwamm im Mixer klein gemacht haben mit Wasser und den Schwamm danach eingefärbt haben. Das könnt ihr auch gerne mal selber ausprobieren, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und das klebe ich jetzt einfach noch mit Sekundenkleber ein bisschen verteilt über die Base, einfach damit wir noch ein bisschen grün im Industriegebiet haben. Und damit wäre mein Tank aus den 3D gedruckten Teilen von Michael auch endlich fertig. Ich muss sagen, mir gefällt der wirklich gut. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und ich hoffe, euch gefällt der auch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welcher von den drei Tanks euch am besten gefallen hat. Ich würde mich selber ein Like und einen Kommentar freuen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.